So, was anderes haben wir hier aber auch... Aua. Mehr gibt es hier nicht. Hier kommen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen die Tür da hinten nehmen, die noch übrig war. Hat es was zu sagen, dass das da anders gefärbt ist, oder soll das nur Schatten darstellen? Wenn ich hier runterspringe, komme ich auch nicht wieder raus. Das ist natürlich... Wäre dann doof, wenn es kein Secret ist. Wir decken hier. So, die ganze Rüstung nehmen wir nochmal mit. Ich sollte auch mal daran denken, ab und zu mal zu speichern. Und dann... Lass mich rein. So, hier ist alles tot. Beziehungsweise fast alles. Da brauchen wir die gelbe Zugangskarte. Da oben ist noch ein Fenster und da... Das sieht auch wieder nach Secret aus. Dieser kleine Vorsprung da. Wenn der Typ da oben mal sterben würde. Ich glaube, da sind immer ganz viele. So, hebe ich mal rüber und dann kann ich hier öffnen. Nein, shit. Gut, hätte ja klappen können. Aber irgendwas muss doch dieser Vorsprung auch wieder bedeuten. Und irgendwie muss man ja da oben reinkommen, in das Fenster. Und da ist wieder ein unsichtbarer. Ich sehe ihn aber trotzdem. Zeigt euch. Der hält ganz schön was aus. Oh, das liegt daran, dass er so weit weg ist. Naja, komm. Gehen wir erstmal hier rein. Weg. Weg. Lass mich Ruhe. Ja. Was soll diese Viecher darstellen? Kann das mal... mir bitte jemand sagen. Sie haben zwei Beine und zwei Arme. Und sehen ein bisschen aus wie... oder... ja, wie so ein Stierkopf. Wo kommen denn die ganzen Leute wieder her? Weg. Geht weg. Geht weg. Ich muss hier durch. So, und jetzt mal abwärts. Hallo, hallo. Keiner da. Da oben sind Gänge. Das macht mich unruhig. Und hier soll gar nichts sein. Das ist ja auch wieder verdächtig. Oh, ja. Danke. Ich hau ab hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht weg von mir. Geht weg von mir. So, bleibt schön da unten. Das war ja wieder klar, dass da... irgendein Haken bei der Sache ist. Na komm. Noch ein unsichtbares Viech. So, jetzt sollen doch endlich meine Tod sein, oder nicht? Ich höre noch was. Ist hier noch mehr? Nö, das war's hier. Achso, ja genau. Hier können wir jetzt rein. Oder nicht? Doch. Was haben wir denn schönes hier oben? Gar nichts. Wo ist die da? Oh. Ein Secret. Ist auf der anderen Seite dann auch eins. Finden wir es doch hier raus. Ich höre irgendwie... Nein, ach, das ist meine Schritte. Hier nicht, hier nicht, da auch nicht. Okay. Hier drin ist auch nichts. Nein. Dann... Achso, hier geht's weiter. Was machen die da in der Brühe? Und warum sterben die nicht in der Brühe? Hier geht's raus. Ein Secret. Wir haben irgendeinen Suit bekommen. Ich weiß aber nicht was, weil ich's ja nicht lesen kann. Aber vermutlich macht uns der immun gegen diese... ...Kürze hier. Yes. Ich hab's doch... Ich hätte es wissen müssen. Na gut. Hat der Anzug auch eine... ...Haltbarkeit, frage ich mich gerade. Oder hält der ewig? Hier ist auf jeden Fall ein Schalter, aber keine Ahnung, was der macht. Da oben blinkt irgendwas. Rüstung. Kommen wir da rauf. Fahren wir einfach mal hier nach oben. Ich hoffe, das Teil zerquetscht mich jetzt nicht hier oben. Hier ist noch ein Schalter. Okay, der fährt uns wieder nach unten. Ah, der Anzug... Okay, der ist zeitlich begrenzt. Tja, gut. Da auf der anderen Seite ist auch noch was. Wie können wir denn das Teil jetzt wieder hochfahren lassen? Nein, ich wollte doch da drauf stehen bleiben. So, wieder runter. Wieder runter geht nicht. Toll. Doch, achso. Fährt das jetzt immer... ...von selbst wieder runter? Ich bin grad verwirrt. Okay, haben wir schon mal das? Da drüben ist Munition. Ich glaub, die brauch ich nicht. Hier kommen wir nicht weiter. Gut, ich hab irgendeinen Hebel gedrückt. Die Frage ist jetzt, was der Hebel bewirkt hat. Wir müssen wohl erstmal wieder zurück. Achso. Ah, okay. Rätsel gelöst. Der Hebel hat hier was geöffnet. Aber warum liegen hier so viele Tote rum? Waren wir... Achso, ah, da ist das... ...ääh... ...das Fenster mit den Kerzenhaltern, wo wir schon waren. Gut. Rüstung. Äh, ne, Veranstaltung. Und hier haben wir den Gegner. Aber gut, dass immer mal Explosionsfässer ganz zufällig rumstehen. Am besten auch da, wo die Gegner dann langlaufen. Oder auch daneben stehen. Kommt die denn immer her? Die passen doch gar nicht alle in diese Ecke rein. Gibt es hier irgendwas? Hier? Nein. Hier? Auch nicht. Da ist schon wieder ein Schalter. Der uns einfach diese Tür oder diese Wand öffnet. Und wo führt es uns hin? Kann ich nicht eigentlich mal... Äh, äh? Ja, lass mich mal hier weg. Ja, genau. Die hier. Halt. Äh, äh, die hier. Die, die... Die, die... Uah! Was war das für ein Geräusch? Und ich glaube, ich sterbe gerade. Ich sollte mal weggehen. Ach so. Gut, dass es gar nicht nervig ist. Alle tot, alle tot. Gut, genug Spaß gehabt. Nehmen wir wieder die Schrotflinte. Ah, da ist er juckt. So. Die Wände sind alle so unverdächtig. Wie soll man denn da irgendwelche Secrets finden? Hier ist wieder ein Schalter. Ich seh' dich. Ich seh' dich. Geh weg. Hier ist die blaue Zugangskarte. So. Schalter. Schalter hat irgendwas getan. Ich weiß aber nicht was. Ich seh' dich. Was hat der Schalter... Ach so, hat er das hier aufgemacht? Ich glaube. Ich seh' dich. Oh, so war er erwischt. Immer dieses flackernde Licht. Warum muss immer flackerndes Licht da sein? Weg mit dir. Okay. Es ist dunkel und es ist flackernd und es sind unsichtbare Leute da. Boah, kacke. Bei dem flackernden Licht sieht man die überhaupt nicht. Das war der eine. Es ist jetzt noch einer. Das. Nee. Hä? Das ist echt mies gerade. Das war einer. Ich glaub, das war's erstmal. Ich höre aber noch was. Was ist denn hier? Das sieht aus wie irgendwas, was sich öffnen lässt. Gut, dann kommen wir aber nur hier durch, was uns irgendwie gar nichts bringt. Oder ist... Nee, ist hier irgendwas? Nö, das ist nixens gar nichts. Außer, dass man halt da durchgehen kann, aber man kann ja auch außen rum gehen. Hier ist nichts. Hier ist der... Nee, der... Da war der Eingang. Wo geht's denn hier hin? Das ist ein Secret? Wieso ist das ein Secret? Das war ja nicht mehr versteckt. Und wieso ist jetzt das Licht an? Naja, wie auch immer, Licht ist auf jeden Fall gut. Aha. Noch ein Secret. Das war jetzt wieder verdächtig, weil diese... Wand da so ein bisschen grün ist. Moment, jetzt muss ich nochmal eben gucken. Ist hier noch irgendwo eine grüne Wand? Nein, nein, nein. Okay. Aber was haben wir hier denn noch? Verarztung. Was ist dieses rote Ding hier? Also nicht dieses, sondern Stern. Grüne Wand. Aha. Da liegen über Leichen, das heißt, da waren wir schon. Nö, dann will ich hier nicht lang. Ich habe keine Ahnung, was das Teil da ist. Ich lasse das mal eben so stehen und gucke erst mal, wo es denn hier hingeht. Ich sehe dich. Uah. Lass mich raus, lass mich raus. Da ist auf jeden Fall der Ausgang. Ups, ich habe ihm irgendwas weggeschossen. Entschuldigung. Hier ist der Exit. Nee, dann wollen wir da ja noch nicht hin. Dann muss ich ja mal gucken, was dieses Teil da noch ist. Ich stelle mich hier mal rein. Oh. Das ist ein Teleporter. Jetzt sind wir wieder am Anfang, aber... Hä? Wieso? Hat sich hier irgendwas geändert? Nö. Dann... Äh, wieso flackert jetzt das Licht? Ach, jetzt ist es wieder aus. Gut, dann frage ich mich jetzt gerade, was hat uns das genützt? Der hat uns wieder zum Anfang teleportiert, aber... Ansonsten war da ja gar nichts. Achso, ich kann ja auch da lang gehen. Ich glaube, das ist noch ein bisschen kürzer. Toll, jetzt ist hier wieder Dunkelheit. Kann ich irgendwie das Licht hier wieder aktivieren? Nein. Schade. Tja, gut. Ich hab keine Ahnung. Dann gehen wir mal raus. Und lassen uns überraschen. 100% Kills. Immerhin. Secrets 55. Naja, okay. Es könnte besser sein, aber... Ich will mich mal nicht beschweren. So, Central Processing. Gut. Ich guck mich nochmal hier um. Dann würde ich aber gleich mal eben eine Pause machen wollen. Es verwehrt mich ein bisschen, dass man hier durchschießen kann. Ich denke immer, das wäre halt... Zum Durchgucken, aber nicht zum Durchschießen. So, hier noch jemand? So, jetzt wollte ich gerade sprechen, musste aber auch irgendwie gerade gehen. Ja. Ja. Oh. Mal, hoffe ich mal, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020